In diesem Video betrachten wir kurz die Begriffe erzeugenden System und Basis eines Vektorraums. In einem vorigen Video haben wir den Begriff der Linearkombination, der linearen Unabhängigkeit betrachtet. Und da hatten wir schon gesehen, dass wir zum Beispiel im R2 mit dem Vektor 1,0 und 0,1 quasi jeden anderen Vektor in der Ebene als Linearkombination erzeugen können. Und völlig egal, welche Koordinaten er hat, wenn wir so einen Vektor a nehmen mit den Komponenten a1 und a2, dann hat er eben die Form a1 mal Vektor 1,0 plus a2 mal Vektor 0,1. Also auf diese Weise können wir ihn immer darstellen. Das heißt, wir können den Vektor a als sogenannte Linearkombination dieser beiden Vektoren 1,0 und 0,1 darstellen. Und immer wenn so etwas möglich ist, wenn wir jeden Vektor unseres Vektorraums auf so eine Wart herstellen können, dann nennen wir das System von Vektoren, was wir betrachten, ein sogenanntes erzeugenden System, weil wir einfach jeden Vektor mithilfe dieser Vektoren erzeugen können als Linearkombination. Und das ist auch das, was die Definition sagt. Eine Menge a1 bis an von Vektoren eines Vektorraums heißt erzeugenden System, wenn jeder Vektor des Vektorraums als Linearkombination der Vektoren dargestellt werden kann. Und das ist hier eben zum Beispiel erfüllt. Hierbei ist natürlich die Frage, brauchen wir die beiden Vektoren? Ist dieses erzeugenden System minimal oder könnte man da Vektoren weglassen? Wenn man scharf hinguckt, diese beiden Vektoren, e1 und e2, die braucht man auch tatsächlich, um alle Vektoren des r hoch 2 erzeugen zu können. Mit nur einem von beiden wird es nicht funktionieren. Sonst könnte man zum Beispiel, wenn wir nur den hätten, könnten wir in die erste Komponente nie irgendeinen Wert aus 0 reinbekommen. Und das wiederum führt uns zum nächsten Begriff. Und das ist der Begriff der Basis, zusammen mit dem Begriff der Dimension. Und da gebe ich einmal zuerst die formale Definition, was eine Basis ist. Und da haben wir eine Menge von Vektoren eines Vektorraums. Und diese Menge heißt Basis des Vektorraums, wenn die Vektoren linear unabhängig sind und ein erzeugendes System für den Vektorraum sind. In anderen Worten, wir brauchen ein erzeugendes System. Und in diesem erzeugenden System müssen alle Vektoren linear unabhängig sein. Und die Eigenschaft, dass alle Vektoren linear unabhängig sein müssen, ist genau die Eigenschaft, die uns sagt, wir haben nicht zu viele Vektoren da drin in unserem erzeugenden System. Das System ist in dieser Hinsicht minimal. Wir können keinen weglassen. Und das kann man auch zeigen, dass eine Basis ein minimales erzeugendes System ist. Die Anzahl der Vektoren in so einer Menge heißt dann Dimension des Vektorraums. Der Vektorraum selber kann verschiedene Basen haben. Wichtig ist an der Stelle die Eigenschaft, dass tatsächlich jeder Vektorraum auch eine Basis hat. Das kann man auch beweisen. Werden wir jetzt hier an der Stelle nicht beweisen, können Sie in einem Buch zur linearen Algebra finden. Typischerweise braucht man dafür das Sonsche Lemma, um das zu beweisen. Das wir jetzt nicht zur Verfügung haben, aber tatsächlich jeder Vektorraum hat eine Basis. Die Basis muss nicht mal eine endliche Menge von Vektoren sein. Es gibt auch Vektorräume, die unendlich viele Basisvektoren haben. Die sind dann unendlich dimensional. Wie dem aber auch sein, ein Vektorraum hat typischerweise unterschiedliche Basen, aber jede Basis hat die gleiche Anzahl an Vektoren. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Und nur aus diesem Grund kann man dann auch tatsächlich so einen Dimensionsbegriff so definieren. Gucken wir da zum Beispiel an das Erzeugungssystem, was wir eben schon gesehen haben mit den Vektoren 1, 0 und 0, 1. Das ist die Standardbasis des R hoch 2 mit diesen zwei Standardbasisvektoren. Und das ist eine Basis, weil es ein Erzeugungssystem ist, haben wir eben schon gesehen. Und die sind offensichtlich linear unabhängig. Das Ganze kann man natürlich auch im R hoch 3 machen. Da sind es entsprechend die drei Standardbasisvektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 1. Und die sind ebenfalls eine Basis des R hoch 3, sind linear unabhängig, offensichtlich. Und sie erzeugen außerdem jeden Vektor des R hoch 3. Also den können wir nehmen, um in die erste Komponente zu setzen, den für die zweite, den für die dritte. So eine Basis kann aber auch anders aussehen, wenn wir zum Beispiel die Vektoren A, B und C betrachten. Wenn Sie da scharf hingucken, können Sie auch mit dem Gauss-Verfahren analysieren, werden Sie feststellen, diese Vektoren sind linear unabhängig im R hoch 3. Es sind drei Stück. Und daraus folgt dann, aufgrund der vorherigen Überlegung bereits, dass es eine Basis sein muss. Weil sobald wir so viele linear unabhängige Vektoren im R hoch 3 jetzt in dem Fall haben, wie die Dimension des Vektorraums ist, also wir haben drei linear unabhängige Vektoren, die Dimension ist 3, dann muss es schon eine Basis sein. Das kann nicht anders sein. Und deswegen sind diese Vektoren hier ebenfalls eine Basis des R hoch 3. Noch einmal kurz zusammengefasst die wichtigsten Begriffe. Erzeugenden System bedeutet, wir können mit dem System jeden Vektor des Vektorraums erzeugen, daher der Name. Basis bedeutet, es ist ein erzeugendes System und alle Vektoren sind linear unabhängig. Äquivalent dazu wäre, es ist ein minimales erzeugendes System, also wir dürfen keinen weglassen, sodass es immer noch ein erzeugendes System ist. Oder aber es ist ein maximales System von linear unabhängigen Vektoren. Wir können keinen hinzufügen, wenn wir einen hinzufügen würden, würde es notwendigerweise linear abhängig werden. Und die Anzahl für jede Basis an Vektoren ist immer gleich. Und das ist genau die Dimension des Vektorraums.